So, es ist 19 Uhr. Willkommen bei den Nachrichten. Nee, Quatsch. Willkommen bei der Einführung zu Wikidata. Ich hoffe, es haben sich alle jetzt schon eingefunden, die an dem Thema interessiert sind. Ein paar Punkte vorweg. Meine Internetverbindung ist nicht die allerbeste. Es könnte zu Aussetzern kommen. Ich glaube, dann könnt ihr aber weiterhin zumindest auf die Folien gucken und vielleicht da schon ein bisschen was mitnehmen. Ich lade alle ein, das Etherpad zu befüllen. Je mehr da drin steht, desto mehr, also auch gerne mit Anmerkungen, was jetzt noch gefehlt hat oder einfach Anmerkungen grundsätzlich zum Vortrag. Ich halte den sozusagen öfters in verschiedenen Versionen und es hilft mir natürlich auch, den immer weiterzuentwickeln. Ich werde ganz kurz eine ganz High-Level-Einführung geben, wie Wikidata aufgebaut ist für Neulinge und danach sehr, sehr viele Beispiele vorstellen, wie es genutzt wird oder wie man damit arbeiten kann. Die werde ich nur anschneiden. Es sind sehr, sehr viele. Wer sich dafür interessiert, kann gerne nachher noch fragen. Wer meint, dass was fehlt, kann es auch gerne bitte anmelden. Die Folien werden dann nachher noch gegebenenfalls ergänzt und zu Commons hochgeladen und können dann von da auch runtergeladen. Wer darauf aufbaut und weiterarbeiten möchte, sehr, sehr gerne. Fragen haben wir schon geklärt. Es sind sehr, sehr viele Links in den Folien. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man die anklicken kann von eurer Seite aus, aber spätestens, wenn ihr die Folien über Commons euch dann runtergeladen habt, könnt ihr eigentlich alles direkt anklicken und online ausprobieren. Gut, fangen wir also an. Ganz kurz die Definition. Wikidata ist eine offene Datenbank, die eben nicht nur von Menschen, wie zum Beispiel Wikipedia, sondern eben auch von Maschinen sehr gut gelesen werden kann und auch bearbeitet werden kann. Das unterscheidet sich also von den großen Wikipedias und überhaupt schon in den allermeisten textbasierten Wikiprojekten. Gehört aber ja natürlich trotzdem zum Wikimedia-Ökosystem. Das ist also für die meisten wahrscheinlich jetzt nichts Neues in diesem Kontext hier, aber ich möchte es trotzdem noch mal erwähnen. Wir haben also eine Datenbank oder ein Repository, was einerseits alle Daten miteinander verknüpft und andererseits mehrsprachlich, beziehungsweise eigentlich sprachlos, sondern eben mit sogenannten Identifikatoren darstellt, die dann wiederum mit Sprache oder mit Labels in verschiedenen Sprachen verbunden werden können. Und das Ganze wurde geplant und gebaut, um eben die Realität, die nun mal nicht immer ganz einfach ist, möglichst flexibel abbilden zu können. Der aktuelle Stand, ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, also wir sind inzwischen bei mehr als 85 Millionen Datenobjekten. und auf dieser Karte kann man mal sehen, wo überall auf der Welt Datenobjekte, die tatsächlich an einen bestimmten Punkt der Welt verknüpft sind, also Städte, Denkmäler, bestimmte geografische Objekte, wo überall sich die auf der Welt befinden, die aktuell in Wikidata verzeichnet sind oder in diesem Fall im November 2019 in Wikidata verzeichnet waren, lässt sofort ein leichtes Übergewicht auf Europa durchscheinen. Das liegt sicherlich einerseits daran, dass natürlich sich sehr, sehr viel hier befindet, es ist dicht bevölkert, aber andererseits eben auch Begeisterung für Wikidata hier besonders hoch ist. Aber man sieht natürlich auch, dass es ein gewisses Ungleichgewicht insbesondere zum globalen Süden gibt, wo man sicherlich dran arbeiten könnte. Also auch wer jetzt sozusagen noch nach Ideen sucht, was er an diesem Wochenende machen möchte, könnte sich vielleicht auch mal diese Karte anschauen und überlegen, wie er die Karte heller machen könnte an einem Punkt, wo sie jetzt noch dunkel ist. So, Wikidata besteht also aus Datenobjekten, die miteinander verknüpft sind. Und hier sieht man mal so einen kurzen Aufbau, wie also ein Datenobjekt dargestellt wird, wenn man auf Wikidata geht und das entsprechende Datenobjekt anschaut. Da haben wir also so einen Bezeichner oder auch ein Label nennen wir das manchmal, was sozusagen einem Menschen erklärt, was ist das oder was ist dieses Objekt überhaupt. In diesem Fall haben wir hier mal das Beispiel Douglas Adams, der berühmte Schriftsteller. Und dahinter in Klammern steht jetzt hier mit diesem Q42 ein sogenannter Bezeichner, der ist auch Teil der URL, unter dem dieses Objekt gefunden kann. In diesem Fall nicht ganz zufällig ist das die 42. Wer sich ein bisschen mit der Literatur auskennt, weiß auch, für was das steht. Alle anderen können es ja versuchen herauszufinden. Darunter haben wir dann auch eine Beschreibung, die ist etwas länger als das eigentliche Label. Also, da erfährt man dann auch, wenn man jetzt nicht genau aus dem Label herauslesen kann, um was es sich hier handelt, erfährt man ein bisschen mehr, also ein britischer Schriftsteller. Und dann haben wir auch alternative Bezeichnungen oder Aliase. Auf all diese Objekte oder auf all diese Elemente werde ich noch ein bisschen genauer eingehen. Und darunter kommen wir dann zu den Aussagen, genau. Also, die Datenobjekte werden also durch ihre IDs oder Q-IDs, Q-IDs, weil die immer mit dem Q anfangen, eindeutig bezeichnet. Da haben wir also Beispiele wie Berlin hat Q64, Douglas Adams hat Q42, das Universum hat praktischerweise Q1. Und bis auf das Q können alle drei Teile, also Bezeichnung, Beschreibung und Aliase, können in beliebig vielen Sprachen, oder nicht in beliebig vielen, aber in sehr, sehr vielen Sprachen hinterlegt werden. In der Praxis ist das natürlich nicht immer leider der Fall. Viele, viel zu viele Objekte haben nur eine Bezeichnung in einer Sprache oder zwei Sprachen, aber grundsätzlich sozusagen in allen von Wiki unterstützten Sprachen sind diese Bezeichnung, Beschreibung und auch Aliase möglich. Gerade Leute, die eben jetzt aus dem Wikipedia-Kontext kommen, sind manchmal dann so ein bisschen verwirrt, was ist jetzt ein Alias, was ist ein Label, was ist die Q-ID, hat das jetzt mit Lemma zu tun, die wir aus Wikipedia kennen? Das habe ich mal hier so ein bisschen schematisch versucht darzustellen, an sozusagen drei Objekten, die in Wikipedia, aber eben auch in Wikidata verzeichnet sind. Als erstes haben wir New York, den Bundesstaat, der hat das Lemma in, also ich habe mich jetzt auf die deutschsprachige Wikipedia bezogen, das Lemma New York und das in Wikidata dann auch das deutschsprachige Label New York, hat die ID und hat gewisse Aliase, also New York als Staat ist zum Beispiel auch als der Empire State bekannt. Das heißt, wer in Wikidata nach Empire State sucht, findet über den Alias auch das eindeutige Objekt. Jetzt gibt es aber ja auch die Stadt, die ja an sich genauso heißt, aber dann eben auch gerne eben zur Abgrenzung als New York City bezeichnet wird. Deswegen haben wir da dann, also in Wikipedia haben wir die Stadt immer unter diesem Lemma New York City, aber das Label ist leider ein bisschen gelogen. In Wikidata steht als erstes Label auch New York City, aber das Label könnte hier auch New York sein, theoretisch. Aber es gibt andere, dadurch ist es eindeutig was anderes als eben der Bundesstaat und wir haben wieder Aliase. Also man könnte, das ist nämlich zum Beispiel der offizielle Name City of New York als Alias nehmen oder eben einfach die Abkürzung, die jeder kennt, NYC oder Big Apple. Und dann gibt es natürlich auch noch zum Beispiel die Zeitschrift, die eigentlich ja auch nur New York heißt, aber in Wikipedia als New York, Klammer auf Zeitschrift, Klammer zu, bezeichnet wird. In Wikidata hat sie einfach das Label New York, denn das ist der Titel der Zeitschrift, aber wieder eine ganz andere ID und lässt sich auch unter dem Alias New York Magazine finden. So, das habe ich jetzt hier also nochmal anders zusammengefasst. Also ein Lemma in Wikipedia ist immer eins pro Objekt, also pro Artikel. Als Beispiel jetzt hier New York City und es ist auch immer einzigartig pro Wikipedia oder pro Wiki Projekt. Ein Label in Wikidata ist auch nur eins pro Sprache, muss man allerdings jetzt sagen, pro Objekt, muss aber nicht einzigartig sein. Es können zwei verschiedene Wikidata-Objekte das gleiche Label in der gleichen Sprache haben, solange sich die Beschreibungen und Aussagen unterscheiden. Die QID ist auch eine pro Objekt und muss einzigartig sein und zwar für ganz Wikidata. Die Aliase können beliebig viele pro Objekt sein, in jeder Sprache beliebig viele und müssen auch nicht einzigartig sein. Also durchaus können zwei verschiedene Objekte auch wiederum das gleiche Alias haben. So, als nächstes kommen dann die Augen, die dieses Datenobjekt näher beschreiben, weil es reicht ja jetzt nicht aus zu sagen, das heißt so und ist ungefähr das. Damit könnte man noch nicht so viel anfangen, sondern die Aussagen, die dieses Datenobjekt beschreiben, also in diesem Fall wieder Douglas Adams. Was beschreibt ihn also zum Beispiel, wo er studiert hat? Seine Alma Mater ist es St. John's College. Das heißt, es gibt die Eigenschaft Alma Mater oder ich glaube, auf Deutsch ist das inzwischen auch besuchte Bildungsinstitutionen oder sowas ähnliches heißt es jetzt und eben der Wert. Das ist St. John's College, was ja auch wieder ein Objekt in Wikidata ist und natürlich auch in Wikipedia einen Artikel hat. Weitere Beispiele habe ich unten mal aufgeschrieben. Berlin hat zum Beispiel eine Einwohnerzahl, die ist mit P1080 bezeichnet, von dreieinhalb Millionen. Das ist jetzt kein anderes Objekt, sondern dreieinhalb Millionen ist jetzt einfach eine Zahl. Wie das wiederum sozusagen kommt, dass jetzt einerseits ein Objekt, aber andererseits auch eine Zahl da stehen kann, da gehe ich gleich auch noch drauf ein. Ganz interessant, weil vorhin ja schon in der Vorstellung, dass Partnergemeinden aufkamen. Dafür gibt es auch schon einen entsprechenden Aussagetyp, die P119. Und da haben wir jetzt als Beispiel Berlin hat die Partnerkommune P190, Entschuldigung, Paris. Mit der Bezeichnung 90. Hier habe ich das also nochmal ganz deutlich veranschaulicht, dass so eine Aussage eigentlich immer aus drei Teilen besteht, nämlich dem Datenobjekt, um das es sich überhaupt handelt, dann die Eigenschaft und dann der entsprechende Wert. Und das Ganze nennen wir dann auch Triple. Und ein Wikidata-Objekt immer aus sozusagen diesen Bezeichnungen, Kurzbeschreibungen, Aliassen und dann eben einer ganzen Menge von Triplen, die dieses Objekt näher beschreiben. So sieht das Ganze dann aus für zum Beispiel haben wir jetzt hier Berlin. Wir haben also hier oben diese Bezeichnungen. Wir haben die Kurzbeschreibung, wir haben die Aliasse und das Ganze in verschiedenen Sprachen hier. Wir haben jetzt mal Deutsch, Englisch, Spanisch, Russisch. Aber wie man hier sieht, sind es noch für wesentlich mehr Sprachen definiert. Die werden nur nicht alle gleich angezeigt, sonst wäre die Seite voll. Aber man kann sie sich für alle anzeigen lassen. Dann folgen darunter die Aussagen, zum Beispiel hier die Einwohnerzahl. Und rechts haben wir dann Verlinkungen in andere Wiki-Projekte. Ganz oben natürlich Wikipedia, aber darunter kommen dann auch zum Beispiel Wiktionary, Wikivoyage, Wikimedia Commons und so weiter. Manchmal rutscht dieser rechte Block allerdings auch unter die anderen Blöcke, wenn der Bildschirm nicht so breit ist. Und dann als letztes kommen ganz unten die sogenannten Identifikatoren. Das sind an sich von der Struktur her normale Aussagen. Die beziehen sich aber immer auf externe Datenbanken oder zumindest auf Bezeichnungen, die extern genutzt werden, die also nichts unmittelbar mit Wiki-Projekten zu tun haben. Zum Beispiel haben wir jetzt hier immer noch für Berlin einen ISO-Code, der so definiert ist oder eben wie Berlin die Shape auf OSM hinterlegt ist, dass sie also direkt verbunden wird. So, Aussagen bestehen mindestens immer aus diesem Trippel. Ist ja eigentlich ganz, ganz simpel Subjekt, Prädikat, Objekt. Können aber eben noch spezifiziert werden. Also ich habe ja vorhin schon gezeigt, eben dieses Beispiel mit der Alma Mater. Das kann zum Beispiel hier spezifiziert werden. Wie lange hat er das studiert? Was hat er da studiert überhaupt? Was hat er für einen Abschluss gemacht? Und wann hat er angefangen? Also Länge ist ja Anfang und Ende. Und dann mit einem Quellenbeleg versehen, wer auch nachvollziehbar macht, wo kommt diese Information überhaupt her? Damit nicht das Problem aufkommt. Okay, steht in Wikidata, aber wer hat es da reingeschrieben? Warum überhaupt? Kann ja trotzdem alles falsch sein. Die sind standardmäßig eingeklappt, so wie hier unten. Wobei hier unten auch keine hinterlegt ist. Also von daher macht das da auch Sinn. Aber indem man einfach auf den File klickt, geht es sofort auf und man kann sich die Fundstellen anschauen oder eben auch bearbeiten, neue Hinzufüge weiter. Okay. So, die Werte, Typen für eine Aussage, also sozusagen das dritte Teil, das dritte Element in diesem Statement, in dieser Aussage, kann also verschiedene Formen annehmen. Das kann ein anderes Datenobjekt in Wikidata sein. Das ist für sehr, sehr viele Arten von Aussagen so. Also an den Beispielen, die schon genannt wurden, Douglas Adams hat im St. John's College studiert. St. John's College. Das ist also auch ein Objekt in Wikidata. Berlin liegt am Fluss Havel. Havel auch wieder ein Objekt in Wikidata. Aber damit kann man ja nicht alles abdecken. Deswegen ist es auch möglich für bestimmte Aussagetypen, dass einfach Text eingegeben wird. Das kann Text sein, der in einer bestimmten Sprache nur gültig ist. Dann wird die Sprache angegeben. Oder es kann auch Text sein, der universell gültig ist, unabhängig von der Sprache. Das ist zum Beispiel bei offiziellen Bezeichnungen, die einfach universell gültig sind, aber die wiederum kein eigenes Objekt nötig machen. Dann natürlich Zahlen. Also in dem Beispiel mit der Einwohnerzahl macht es natürlich wenig Sinn, für jede einzelne Zahl ein eigenes Objekt anzulegen, nur um das zu verlinken. Sondern man gibt einfach an, Berlin hat dreieinhalb Millionen Einwohner ungefähr oder man kann auch die Genauigkeit eingeben. Das ist eben auch sehr, sehr praktisch, wie genau eine Zahl überhaupt ist. Also manchmal ist es ja so genau auch gar nicht bestimmt oder nicht bekannt. Dann kann zum Beispiel eben bei Berlin dreieinhalb Millionen Einwohner um 100.000 genau angegeben werden, anstatt dass die genaue Zahl angegeben wird. Dann können auch noch zu dieser Zahl Einheiten hinzugefügt werden. Also zum Beispiel die Länge von etwas wird dann natürlich auch zum Beispiel in Meter oder eben auch nicht in Meter, sondern in Fuß angegeben. Und es gibt interne Umrechnungstabellen, die dann auch Umrechnung zwischen diesen Einheiten ermöglichen. Das Gleiche gilt für Daten. Da können die üblichen gregorianischen Daten angegeben werden, die allgemein eben hier in unserem Kontext verwendet werden. Aber da ja auch der julianische Kalender in manchen Bereichen noch eine Rolle spielt, können die Daten auch einfach julianisch eingegeben werden und können dann auch automatisch im Hintergrund umgerechnet werden. Dann haben wir noch Geokoordinaten. Es können auf eine Mediendatei, die in Wikimedia Commons liegt, verlinkt werden oder es kann einfach eben ein externer Identifikator aus einer URL eingegeben werden. So, ich fühle den Zeitraum gar nicht, dass ich jetzt hier jetzt ein bisschen mal live vorführe. Aber ich würde jeden einladen, auf die Spielwiese zu gehen. Die kann man einerseits eben in der Suchleiste selbst finden oder unter dieser URL, die hier angezeigt ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie für euch klickbar ist. Probiert es mal aus. Wenn ja, wäre super. Ansonsten kann man es auch mal versuchen, schnell abzuschreiben. Oh, es ist im Chat aufgetaucht. Sehr gut. Vielen Dank. Und da könnt ihr euch gerne einfach mal ausprobieren, auch wenn mein Vortrag zu langweilig ist. Ist das was Nettes. So, jetzt kommen wir dazu. Wie wird denn jetzt Wikidata eigentlich genutzt? Und zwar zuerst mal in der Wikipedia selbst oder in anderen Wikiprojekten allgemeiner. Da haben wir natürlich das allererste, was Wikidata überhaupt vollbracht hat für Wikiprojekte, waren Interwikilinks. Also, dass verschiedene Wikipedia-Artikel zu dem gleichen Thema in verschiedenen Sprachen untereinander verlinkt waren. Das war früher immer im Quelltext des jeweiligen Artikels der Fall, dass unten angehängt wurde. Ah, übrigens, dieser Artikel existiert in anderen Sprachen. Das war allerdings wenig konsistent. Sehr, sehr aufwendig zu pflegen. Das alles übernimmt ja jetzt auch Wikidata. Das heißt, mit gewissen Ausnahmen besteht eigentlich zu jedem Objekt, was in irgendeiner Wikipedia, in irgendeiner Sprache einen Artikel hat, wird auch ein Wikidata-Objekt und macht es damit möglich, die dann auch untereinander zu verlinken. Das hatte ich ja in einer der vorherigen Folien schon gezeigt. Das Recht sozusagen eingetragen wird, zu diesem Objekt existieren entsprechende Seiten in Wikipedia.de, in Wikipedia.en oder eben auch im Diktionary, in Wikivoyage und so weiter. Umgekehrt lässt sich auch in den meisten Wikiprojekten eben, wenn sie schon ein entsprechendes Wikidata-Item haben, links in der Leiste sehr, sehr schnell eben über diesen Punkt, Wikidata-Objekt heißt es, glaube ich, auf Deutsch, sehr, sehr schnell das entsprechende Objekt in Wikidata finden. So, dann etwas neuere Entwicklung, leider in der deutschsprachigen Wikipedia auch noch nicht so prävalent oder soweit ich weiß, überhaupt nicht aktiv ist, die Möglichkeit, Infoboxen direkt aus Informationen, die in Wikidata enthalten sind. Also, wer ist Bürgermeister, wie viele Einwohner, wo liegt es auf der Landkarte? Also, diese Infoboxen damit direkt automatisch zu befüllen. In diesem Beispiel sieht man jetzt hier im Quelltext im Wikipedia-Artikel wird einfach nur angegeben, die Infobox für ein für ein für eine Gemeinde, also ein Objekt einer Gemeinde in dem Fall und die zieht sich dann automatisch diese Informationen für die aus den entsprechenden Statements, die in Wikidata hinterlegt sind und bildet daraus die Infoboxen. Das muss nicht mehr hier im Quelltext hinterlegt werden. Das ist also eine Möglichkeit. Ah, ich sehe gerade, also wenige einzelne Details werden wohl auch schon in Infoboxen in die Wikipedia eingefügt. Aber in der breiten Masse ist das halt noch nicht der Fall. Also hier, das ist zum Beispiel die lateinische, glaube ich, Wikipedia, die macht das schon. Aber inzwischen machen es sehr, sehr viele schon. Also in der französischen, ich glaube, auch in der englischen ist es schon relativ weit verbreitet und auch auf Wikimedia Commons ist das inzwischen sehr, sehr normal geworden, dass Kategorien oder auch Galerien eine Infobox kriegen, die sich ausschließlich aus Wikidata Informationen speist. Weiterer Punkt sind Normdaten. Auch die sind ja, wie ich schon gesagt habe, in Wikidata hinterlegt. Also wo ist dieses Objekt in der VIAV zu finden oder in WorldCat oder in der Nationalbibliothek. Und diese Daten müssen dann also auch nicht einzeln nochmal in den Wikipedia-Artikel unten reingeschrieben werden, sondern es wird einfach diese Vorlage, in dem Fall, das ist jetzt die englische Wikipedia, die das macht, Authority Control eingefügt und dann wird automatisch diese Box erzeugt und diese ganzen Einträge werden direkt aus Wikidata gezogen. Dann werden in der mobilen Version von Wikipedia werden schon die Kurzbeschreibungen übernommen in der Suche. Such mal also hier auch wieder Beispiel nach New York City, dann wird dieses City in State of New York, das ist die englische Kurzbeschreibung eben für New York City, wie sie in Wikidata steht und die wird hier dann auch in der Suche in Wikipedia in der mobilen Version schon direkt übernommen. Und dieses Montagebild zum Artikel, was auch als entsprechende Aussage in dem Wikidata-Objekt hinterlegt ist. Das Ganze wird auch in der Suche schon teilweise angewendet, dass eben zwar Wikipedia gesucht wird, aber zusätzlich Resultate aus Wikidata angezeigt werden, falls man in seiner Wikipedia die entsprechende Information noch nicht gefunden hat, wird man dann zumindest gleich weitergeleitet auf Wikidata, wo ja ein breiteres Spektrum an Informationen zu finden ist. Natürlich nicht immer so tief zu dem Thema, aber zumindest breiter. Ja, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Wikidata auch eben zu nutzen, ohne innerhalb von einem anderen Wikiprojekt zu sein. Dafür eignet sich zunächst mal sehr, sehr gut die Query. Im Anschluss wird Lukas da sehr gut drauf eingehen, also sehr, sehr tief drauf eingehen und wird sicherlich alles dazu erklären. Deswegen werde ich jetzt hier nicht die Query an sich erklären, sondern nur ganz kurz einen Überblick geben, was sie so ungefähr kann. Also man kann einerseits mit dieser Query-Sprache sich Daten tabelliert ausgeben lassen, aber sie kann eben auch direkt Karten erzeugen. Hier ist jetzt zum Beispiel eine Karte, die zeigt alle Flughäfen im Umkreis von 100 Kilometern um Berlin mit diesen roten Punkten hier an. Dann gibt es die Möglichkeit, Grafen sich anzeigen zu lassen, weil die Objekte ja untereinander alle verknüpft sind. Das wird hier immer durch so ein Pfeil angezeigt. Das heißt, hier sieht man jetzt zum Beispiel Aussagen, die im Objekt Berlin sind, also zumindest ein Teil davon, das sind inzwischen schon mehr, werden jetzt hier sozusagen grafisch aufbereitet. Kann man jetzt also sehen, zum Beispiel, wer sind die administrativen Einheiten und die sind dann hier sozusagen alle mit auch noch schön mit Bildern angezeigt, sieht man also die Bezirke. Das ist also auch eine sehr schöne Art, um die Daten dann auch greifbar zu machen. Man kann Blasendiagramme sich ausgeben lassen, also hier wurde zum Beispiel gezählt, woran Menschen, die Wikidata-Objekte haben, gestorben sind. Kann man sehr schnell eine sehr schöne Auswertung machen, sofort Herzinfarkt, okay, das klingt schon sinnvoll, dann Erschießung auch gar nicht so wenig vertreten und es gibt dann, wo habe ich jetzt auch tatsächlich glaube ich, Kopfabschlagen ist auch dabei, also es sind teilweise Überraschungen drin, die natürlich vielleicht auf die moderne Gesellschaft dann auch nicht immer Sinn machen, aber aus der Historie sich vielleicht erklären. Und nochmal, die Links zu jedem dieser Abfragen habe ich hier unten reingepackt, die kann man dann sich dann also nachher selbst nochmal aufrufen, noch mit rumspielen, vielleicht sehen die inzwischen auch schon anders aus, die Abfragen ändern sich ja auch nach dem Datenbestand, also dieses Blasendiagramm wurde sicherlich schon vor einem Jahr oder so erstellt, das sieht jetzt vielleicht auch schon ganz anders aus. Dann gibt es Zeitstrahl, kann man sich anzeigen lassen, hier zum Beispiel sind das die Starts von Raumsonden über die Zeit, wann die gestartet sind und auch sofort ein Bild dazu, das heißt, das Ganze wird auch grafisch etwas schöner dann haben wir hier noch eine andere Art von Graf, der zeigt dann den Stammbaum von Genghis Khan mit seinen ganzen Nachfahren, also genau, Stammbaum im Sinne von seinen Nachfahren, also wer mit wem und auf jeden Fall sieht man, er hatte sehr viele Kinder, aber davon haben sich nicht so viele wiederum weiter vermehrt oder zumindest waren deren Kinder dann nicht so wichtig, dass sie noch hier in Wikidata angezeigt werden. So, die Zeit drängt, wir haben einen Punkt und das ist sozusagen wirklich, wie wird es jetzt wirklich außerhalb genutzt, also wir haben jetzt gezeigt, wie kann man überhaupt an die Daten rankommen, wenn man sie vielleicht für ein externes Projekt mal kurz statisch gewisse Daten braucht, ist also ein super Tool, aber es gibt natürlich auch externe Sachen, die direkt auf die API zugreifen und indem man dann live direkt mit den Wikidata Daten arbeiten kann. Den Überblick gibt es auch hier unten unter dem Link, es gibt auch so ein schönes Logo, was dafür extra designt wurde, dass man sich dann auf sein Projekt kleben kann, sagen kann, mein Projekt ist powered bei Wikidata, das ist natürlich auch gleich ein Qualitätsmerkmal, glaube ich. Die Folien werden am Ende verfügbar gemacht, weil die Frage gerade kommt. als Beispiel eben für ein Projekt oder ja, ein Projekt, was extern ist, was sich auf Wikidata Daten bezieht und diese Live-Anzapft ist Histropedia, da lassen sich also auch so Timelines, so Zeitstrahle anzeigen, noch ein bisschen schöner, als das vielleicht die Query selbst kann und ich glaube, es geht auch ein bisschen tiefer in bestimmte Themen rein, ist auf jeden Fall ein schönes Projekt, sehr zu empfehlen, dann gibt es Inventär, das sozusagen persönliche Bibliotheken kann man sich dort anlegen von Büchern, die man hat mit direkt Informationen, die wiederum aus Wikidata dazu kommen und man kann glaube ich angeben, ob man ein Buch verliehen hat, aber da wir natürlich zu sehr sehr vielen Büchern schon die bibliografischen Daten haben, macht es natürlich wenig Sinn, diese Daten nochmal wieder statisch abzulegen, wenn man sie einfach dynamisch aus einer Datenbank wie Wikidata ziehen kann. Dann gibt es eine Suchmaschine, die natürliche Sprache in sozusagen eine Query versucht umzuwandeln, um so aus Wikidata die Antwort zu finden, die man braucht, also hier zum Beispiel ist in natürlicher Sprache eine Frage gestellt worden, wer ist der Regisseur des Films Her und Klaus macht daraus tatsächlich eine Query, die dann auch zu dem richtigen Ergebnis kommt. Spike Jones ist das. Dann gibt es noch ein Projekt, ich weiß nicht, ob das noch live ist, weil es auch auf Labs gehostet wurde oder noch wird, wo sich also auch Zeitverläufe noch ein bisschen nicht nur nach der Zeit, sondern eben auch noch auf der Welt dargestellt werden, hier zum Beispiel der 100-jährige Krieg, wo, zu welchem Zeitpunkt dann auch die Schlachten stattgefunden haben, das ist also sozusagen eine Verknüpfung aus dem Kartenfeature und dem Zeitstrahlfeature oder zum Beispiel auch mehrsprachige Speisekarten, in der also eine digitale Speisekarte eingelegt wird, wo aber kein Text reingeschrieben wird, sondern einfach die entsprechenden Data-Objekte verlinkt werden, das heißt, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, wenn hier oben sozusagen Cheeseburger steht, dann ist das nicht Text, sondern das ist das entsprechende Objekt Cheeseburger, was in Vicky Data angelegt ist und das hat ja die Bezeichnung auf Englisch, aber eben hier zum Beispiel, ich glaube, das ist koreanisch oder chinesisch, ich weiß es jetzt nicht ganz sicher und dadurch lässt sich mit einem Klick die Karte direkt übersetzen und die Übersetzung ist wahrscheinlich auch sehr, sehr gut, also vielleicht nicht fehlerfrei, aber tatsächlich sehr, sehr gut. dann gibt es Skolia, das bezieht sich hauptsächlich auf eben wissenschaftliche Veröffentlichungen, deren Autoren, deren Institutionen, dort lässt sich dann zum Beispiel sehr, sehr schön visualisieren, wie zum Beispiel, welche wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu einem Thema an einer bestimmten Institution geschrieben wurden oder eben welche Wissenschaftler einen bestimmten Award gewonnen haben. Dann, ich habe vorhin geguckt, es ist leider gerade offline, aber gibt es auch noch The Sum of All Knowledge, das hat sich aus The Sum of All Paintings entwickelt, wo Daten zu Kunstwerken zu finden sind, wo dieses Kunstwerk zum Beispiel hier im Museo del Prado zu finden ist, wer es gemalt hat, welche Epoche und so weiter. So, ein letztes Wort noch zum Lizenzmodell von Wikidata, weil das gerade für Wikidiane ein bisschen überraschend ist, stehen in Wikidata alle Daten unter der CC0 Lizenz, also nicht unter einer CC BY oder CC BY SA, sondern wirklich unter der freiesten Lizenz, die überhaupt nur denkbar ist. Jeder darf mit diesen Daten alles machen und muss nicht mal angeben, wo er sie her hat. Der Teil ist dann manchmal eben für manche überraschend, weil die sich fragen, ja, aber ich habe da jetzt zu beigetragen, ich will, dass mein Name genannt wird, ist an sich ein verständlicher Einwand, aber es würde die Nutzung der Daten nahezu unmöglich machen, weil so viele Leute daran mitgearbeitet haben und so viele kleine Daten Bits von verschiedensten Seiten reingekommen würden, in Wikidata reingekommen würden, kommen, wäre es sozusagen unmöglich, alle Autoren immer mitzunennen, wenn man irgendwo Daten weiterverarbeitet und weiter nutzt. Deswegen also dieses Lizenzmodell, das ist eben der Riesenvorteil, man kann diese Daten so frei nutzen, wie es überhaupt nur möglich ist. Ganz kleiner Nachteil ist damit eben dann verbunden, wenn man von anderen Quellen Daten in Wikidata bringen will, denn selbst wenn die relativ frei schon sind, eben zum Beispiel unter einem CC-BY oder unter einer, wie heißt die Deutschland Daten Lizenz, ist das nicht ganz kompatibel und es ist eigentlich nicht erlaubt, solche Daten dann so direkt in Wikidata zu überführen. Da sollte man sich also zumindest Gedanken drüber machen oder nochmal Experten nachfragen. Ich bin keiner von diesen Experten übrigens, unter welchen Bedingungen man Daten, die man von dritten Projekten hat, in Wikidata reinbringen darf, aber wenn sie rechtmäßig in Wikidata gelandet sind, darf man alles damit machen und ich glaube, alles heißt in diesem Fall wirklich alles. Genau, das war es von meiner Seite schon. Ich habe ein bisschen überzogen, es tut mir leid. Ich hoffe, es gibt noch Fragen trotzdem und ja, ich bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit. Klatschen auch gerne im Chat. Ja, danke, Matti, auf jeden Fall superschöne Präsentation. Gucken wir mal, ob noch Fragen reinkommen. Ja, wir müssen echt noch irgendwie daran arbeiten, Sound einzublenden. Ja, Also, ich hätte eine Frage. Ja. Es gab ja schon Diskussionen darüber, welche Art von Item überhaupt angelegt werden kann wie die Data, weil ich kann mir ja vorstellen, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht ein Item über mich selbst anlegen sollte, weil ich bin ja jetzt vielleicht nicht relevant genug, um in so einer Datenbank zu stehen. Aber wie weit kann man eigentlich ins Detail geben? Wie viele Personen, die an diesem Film mitgearbeitet hat, sollte eigentlich auch in Data drin stehen? Eine sehr spannende Frage, die ich glaube ich nicht definitiv beantworten kann. Ich versuche jetzt mal wiederzugeben, was ich sozusagen über die Relevanzkriterien weiß. Sie sind deutlich weiter als in eigentlich jedem anderen Wiki-Projekt. ein Objekt anzulegen ist eigentlich immer dann möglich, wenn es für irgendeine Beschreibung eines anderen Objekts notwendig ist. Das reicht eigentlich schon aus, damit ein Objekt auch angelegt werden kann. Was natürlich beachtet werden sollte, sind zum Beispiel Persönlichkeitsrechte, weil du eben also wenn du dich selbst anlegst, ist das vielleicht nicht das Problem, aber wenn du Objekte über Dritte anlegst, könnte das ein Problem sein, wenn sie wirklich eigentlich nicht wirklich in der Öffentlichkeit stehen, wäre es natürlich aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen schwierig, wenn du da zum Beispiel jetzt Geburtsdaten oder so reinschreibst. Das ist also zu beachten. Ja, ein Objekt über sein eigenes Haustier anzulegen ist vielleicht auch, es ist wahrscheinlich nicht wirklich notwendig, es bringt nichts, aber ansonsten, genau, und Lukas hat gerade also die Kriterien nochmal benannt, oder wo man sie findet, nicht die Kriterien selbst, grundsätzlich sage ich mal, sie sind viel, viel weiter als in jedem anderen WG-Projekt. Beantwortet das die Frage? Ja, also so viel habe ich schon vorher gewusst, ich dachte bloß, ihr habt vielleicht mehr Übersicht darüber, wie so der Stand der Diskussion da jetzt ist, also ich glaube, diese Note wird, die Dinge habe ich auch gelesen. Okay. Darüber hinaus weiß ich jetzt mehr darauf. Man verliert immer leicht die Übersicht über, was eigentlich, wo alles so diskutiert wird. Das stimmt, ja, ich habe nicht den Eindruck, dass das aber ein besonders umkämpfter Bereich ist, der gerade sehr, sehr heiß diskutiert wird. Ich glaube, es sind sich die meisten relativ einig, dass man sehr, sehr viel ab. Wir haben die Frage zum Auslesen von Geodaten, also wie es genau im Quelltext in Wikipedia gemacht wird. Kann ich jetzt nicht sicher beantworten, weiß ich nicht, also das Snippet, was ich da sehe, sieht relativ gut aus, aber ich kann jetzt nicht sicher sagen, ob das jetzt das Richtige oder das Falsche ist. Wobei Wikidata, also da müsste wahrscheinlich die ID rein, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich möchte mich da jetzt nicht in die Nesseln setzen. Ah, Lukas sagt schon, dass er, ich glaube, Lukas kann auf sowas deutlich besser eingehen als ich. Gibt es weitere Fragen? Ah, genau, die Frage nach der größten Challenge, das ist sehr persönlich, was halte ich gerade für die größte Challenge? Das Wachstum, wobei eigentlich auch nicht mehr, ich persönlich bin sehr daran interessiert, eigentlich alles, was derzeit an Daten in anderen Wikiprojekten ist, auch strukturiert in Wikidata verfügbar zu machen und ich persönlich weiß nicht, wie ich das alleine schaffen soll, das ist meine persönliche Challenge. Christian hat eine Frage? Ja, ich will ja zum Beispiel die Flaggen der Länder aus Wikidata holen, jetzt vermute ich, dass die Flaggen eher bei Wikimedia oder bei Commons liegen und die haben vielleicht eine CC-BY-Lizenz. Wie handhabe ich das, wenn ich, sagen wir mal, tausende oder hunderte von Flaggen hole, muss ich dann für jede Flagge die Lizenz angeben oder die Referenz? Also ich habe nicht gecheckt, ob das so ist, ob die da liegen. Also die eigentlichen Dateien, die das Bild der Flagge beinhalten, die liegt auf Wikimedia Commons, aber Wikidata hat sozusagen die Verknüpfung zwischen dem eigentlichen Objekt und der Flaggendatei, also verweist auf die Datei. Das heißt, grundsätzlich gilt dann eben für das Bild, gilt natürlich die Bilder für Flaggen dürfte das nicht problematisch sein, weil soweit ich weiß, da meist kein Urheberrecht drauf besteht. Aber irgendwer hat das ja gebaut und viele Arbeit reingeschickt und der will ja genannt werden vielleicht. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, tatsächlich da jemanden zu benennen, aber ich denke mal, das könnte schon möglich sein. Dann habe ich ja wieder jetzt auch nicht die Lösung dazu. Danke. Bitte.